Die VBA hat den Hafen und zwei Transportschiffe befreit. Hier sind die Kontrollen bei den Hafen zurück, damit die Zivilschiffahrt wieder anlaufen kann. Es gibt auch Flugabwehrraketen in der Gegend. Sobald diese Raketen ausgeschaltet sind, können Sondereinheiten auf den Schiffen landen und sie zurückgewinnen. Viel Erfolg, mein Zielkompetenz. Wunderbar, jetzt haltet einfach den Hafen. Ich denke, dass unsere Freude von der VBA und eure Anwesenheit dort nicht froh sein werden. Hier sind sie! VBA hat also eine Überraschung für uns. Unterossing. Untertitelung. Wettbewerb! Wettbewerb! Wir haben noch mehr Flugabwehr-Ratoren gefunden und wir können keine Spezialeinheiten schicken, bevor sie nicht ausgestaltet sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Monizio, die Hex! Tide effect! Laufbeet! Ziele identifizieren. 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 Was kommt eigentlich? Sie liegt davon aus, dass der Handwerkdacht bald gar nicht klar ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020